Wasserschaden, Rohrbruch oder Schimmelbefall? Das bedeutet eine Menge Arbeit, Koordination und Zeit, die investiert werden muss, damit alles wieder so ist, wie es war. Eine Mission Impossible? Nein, sondern ein Fall für den Profi. Der Entfeuchter. Hier bekommt man alles aus einer Hand. Und das betrifft die gesamte Abwicklung. Das beginnt schon beim ersten Notruf direkt im Office. Egal ob telefonisch, per Mail oder über ein Online-Formular. Wenn es einen Notfall gibt, ist hier immer jemand zur Stelle. Rund um die Uhr. An 365 Tagen. Egal ob im privaten oder industriellen Bereich. Hier sind wahre Spezialisten am Werk. Zuerst werden alle Daten aufgenommen und danach die entsprechenden Sofortmaßnahmen in die Wege geleitet. Um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Von der Leckortung über die Entfeuchtung oder Schimmelbekämpfung bis hin zur kompletten Sanierung der betroffenen Räumlichkeiten. Geht nicht? Gibt's nicht. Dank der innovativen, vernetzten Software und GPS-Tracking der Fahrzeugflotte kann das Office eine Schadensbesichtigung durch einen Spezialisten auf schnellstem Weg koordinieren. Also fast so schnell wie die Feuerwehr. Der erste Schritt? Die Leckortung. Egal ob defekte Fußbodenheizung, ein gebrochener Abfluss oder ein undichtes Flachdach. Der Entfeuchter ortet jedes Leck. Die Profis sind mit modernsten Geräten perfekt gerüstet, können gezielte und punktgenaue Analysen treffen und wissen sofort, was zu tun ist. Im Einsatz sind hier nur hochprofessionelle Geräte und damit wird so gut wie nichts übersehen. Hier ist eben absolutes Know-how gefragt. Schritt 2 Die Entfeuchtung Durch den fachmännischen Einsatz spezieller Geräte wird der Feuchtigkeit der Kampf angesagt. Die Experten beherrschen ihr Handwerk und sorgen dafür, dass Feuchtigkeit und Schimmel keine Chance mehr haben. Und schon ist alles wieder trocken. Wie von Zauberhand. Zu guter Letzt erfolgt dann die Sanierung. Dabei kümmern sich die Profis um alle notwendigen Arbeiten. Egal ob Malerei, Boden, Fliesenleger oder Tischlerarbeiten. Die Spezialisten von Der Entfeuchter regeln das. Et voila! Und schon glänzt alles wieder wie neu. Als wäre nie etwas gewesen. Und das Schönste an der ganzen Sache? Währenddessen kann man sich entspannt zurücklehnen. Und spart nicht nur Zeit und Geld, sondern vor allem jede Menge Nerven. Der Entfeuchter ist eben bestens gewappnet. Mit seinen Spezialisten für jede Arbeit. Mission erfüllt.